Und hin und wieder mal, so wie Stuckwut hier nackt und so. Siehste, kennst sie auf jeden Fall schon mal auswendig. Ja, doch, doch, in- und auswendig kenn ich sie schon. Ja, siehste, dann weißt du auf jeden Fall, auf was du bescheiden lässt. Das ist doch schon mal schick. Und ich hab auch mit ihr zusammen Urlaub gemacht und so alles. Alles schick, alles toll. Ich hab auch volle Personen an für sich. Aber so beziehungstechnisch sagen wir, nee, wollen wir nicht. Beziehung, nee, aber alles andere, ja. Ja, ist ja nicht schlimm. So Art wie Beziehung. Wir gehen schön essen und sowas, wir gehen auch, keine Ahnung, Kino, Dienes, Dienes. Wir machen alles zusammen so, was ein Paar eigentlich auch machen würde. Nur eben halt, dass wir keins sind. Ja. Ist man sowas in einer offenen Beziehung? Ja, kann machen. Was musst du nennen? Ja, wir schreiben uns ab und zu mal so, keine Ahnung, manchmal ja, manchmal nein und dann, egal ob die schreibt oder nicht oder ob ich schreibe oder nicht, manchmal warten wir zwei Wochen lang auf eine Antwort auf eine Frage oder so. Weißt du, keine Ahnung, wir sind gleicher Wellenlänge und so, aber Beziehung kommt für uns nicht in Frage. Auch nach 20 Jahren nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Ne, wollen wir nicht. Also, die will nicht, die will auch nicht. Also, die will sowieso nicht. Von daher. Du sollst mir recht sein. So ne schöne Zeit verbringen zusammen, weißt du. Schöne Tage und dann ist das gut. Jo, klar. Man muss ja, man muss ja nicht irgendwie heiraten, drei Kinder bekommen, Haus bauen, baum pflanzen, was weiß ich. Naja, baum pflanzen gehört schon dazu. Ja. Der Baum wird gepflanzt und dann wird er wieder gefällt. Der Baum wird gepflanzt und dann hol ich den Samen aus dem Boden raus, bevor er anfängt zu wachsen. Beziehung würde ich mir natürlich vorstellen können, ne, aber das wäre dann so, weiß ich, ne, langweilige Beziehung. Sorry, Fug, wir fahren jetzt nicht auf dich. Ja, das wäre eine komplett langweilige Beziehung. So ohne Streit, ohne alles, ohne Diskussion. Ekelhaft, langweilig. Langweilig, so richtig. Ah, nee, dann ja. Opa und Oma, weißt du. Ja, ja. Liebhaben und nicht streiten und oh ja, so ein Leben, okay. Irgendwie sowas. Gucken sich alle, hier, das schallt ihr einmal in die Augen und sagen, ich liebe dich. Ja, und alles andere muss funktionieren. Reicht ja, sehr gut. Ja, denn einen reicht's, den anderen reicht's nicht, also jeder wie er mag. Also Liebe zu einem drück ich nicht mit, ich liebe dich so aus, weißt du. Ja, schon klar. Mit Sachen, mit Sachen, so mit Taten, so, weißt du. Jo. Dass man immer für einen da ist. Also by the way, ich bin jetzt live, ne? Nur so zu info. Jo, ist ja nicht schlimm. Nee, ich mein ja noch. Also ich hab keine Geheimnisse, deine Leute können alle zuhören. Nee, ich mein jetzt nicht wegen dir, mein allgemein. Nee, ähm, ne, von mir aus, äh, kann man, ähm, so... Meinst du ein Chucky? Ja, ich bin... Zusammenleben. Und, äh, eben halt... Hey, Moin Chucky. Ja, alles ist gut. Hi, Chucky. Ja. Ich, ich find das, ich find das eigentlich so entspannt. Wollen wir noch eine Private spielen? Ja, komm, 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 komm. Ja, wenn Kevin sich bewegt. Kevin! Jo, und Moment, Senor. Ich war grad ins Training. Ja, du, du hast das Königchen auf. Du bist unser Handführer. Handführer. Für. Ach, komm, ja. Ich weiß das so, wie ich spielen willst, aber... Ich hab' keine Minipotos, komm. Wie ist der? So, mein Kopf ist fertig. Du bist ja, was jetzt einfach für dich. Ich hab' so pitteschneidig, ich hab' ein Geperdetchen. Komm. So an. Ich bin schon gefeucht. Ah, oh, oh. Oh, ah, da hat's, da haben wir ja... Ja, komm. Hab' ich. Bin links. Sorry. Alles gut? Da, mit, damit. Ah, ich hab' ihn nicht. Ja, schön. Leid nass, bin hinten. Schön. Du musst, du bist alleine gerade. Schön. Hab' ich? Ah. Ist drin er? Schön. Boah. Oh, mein Gott. Knapp. 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 Also müssen wir nachher hochspielen. Warten, bis der Gegner vorne einen Fehler macht. Bin links. Oh, ich verkack' meinen Kick-Offer bekommt. Oh. Du, nochmal? Ja. Haben wir eine Demo? Oh, nee. Oh, scheiße. Dribble-Technisch, hab' ich keine Chance. Schön. Überrasstet, was war das denn? Hast du noch mal geteilt? Ja, leider. Deiner. Warte lass'in. Ja, ja. Wenn keiner von denen hat... Schön. Boah, what the fuck, ey. Ich hab' gehofft, dass er mich anspielt. Ja, gut. Wir spielen natürlich gerade gegen die zwei Besten aus uns. Ja, ja. Das ist natürlich ein schöner... Ah, Kick-Offer war kalt. Den ganz außen mit? Oh, nee. Kommt. Oh, kommt. Oh, schade. Ich hab' gedacht, der kriegt ihn noch. Kommt. Nee. Schade. Oh, sorry. Ja, nehm' ich. Hier geht das gleich, ich pinnte ihn anders. Schöner Block. Mach mal dran. Deiner. Hoppa. Hab' ich. Flögerung. Nehm' ich. Trägst du? Ich glaub, wenn du in die Tasche geht, der. Oder? In den Händen. Geh' mit. Kommt. Hab' ich. Mit dir? Jo. No. Schön rausgeholt, Jaden. Danke. Na, den hat er. Nächster. Ich bleibe. Schön. Ah, hallo. Hat er gelebt? Hat er gelebt? Schön. Boah. Ich herkomme. Er hat den Block bekommen. Knapp. Backboard. Jo. Okay, ist drin. Oben, oben, oben. Mach ruhig. Tschi. Das hätt's jetzt gemünzt, Dominik. Gesundheit, Dominik. Nein. Gesundheit. Gesundheit, Jaden. Links. Versuch's. Same. Das hätt ich nicht. Deiner? Noch nicht. Nochmal. Oh. Oh. Schade. Komm zu dir? Schade. Nein. Geh' hoch. Jo. Geh' schon so, Fuck. Hab' ich. Kommt. Schön. Mann, krieg' kein Pinch. Schön. Boah. Echt jetzt. Schade. 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 Ja, Pott. Ich lasse, äh, ich lasse mit dem Bus. Ach, Tor, Lex. Schön gemacht. Danke. Bei den, den hat er gerade nicht angezeigt. Gar nichts hat er gar nicht angezeigt. Hey, das zeig ich auch mal mit. Keine Ahnung, warum, ey. Moinsen Freaks. Hi. Thanks. Dann chillen. Schade. Oh, U-Bug. Oh, keiner noch mal? Ja. Was war das, was war das gerade eben für ein Pass, Alter? Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Kannst du ihn noch mal? Nee. Oh, schade. Mitte? Nicht schön. Schade. Schön. Schade. Ah, Uff, Gott, mich mitgerissen. Geht nicht? Doch. Schade. Knapp. Freaks, ich kenn's nicht. Schön, aber du. Fake. Ja. Links. Ah, shit. Oh. Geht, 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 geht. Geht, geht, Ume. Warte, du kannst das Auto wechseln. Oh, oh, oh. Ich bin nicht am Auto. Ja, 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 ja. Guck dir mal diesen 50-50 an, Alter. Ohne Scheiße, ja. Oh, oh. Pull da. Hab ich. Schade. Du? Jo. kann ich nicht dank dir für die zwei verschenkten ich sage auch mal danke auf jeden fall so schlafen kann es mehr das musste fragen obok ist teamleiter obok teilt die teams auf wie das möchte so spielen wir dann machen wir das so jeder tippt eine zahl in den chat bei rocket league 1 also von 1 bis 4 wahrscheinlich die leute die höchsten die am nächsten zusammen sind die spielen die drei nächsten gut ich kann nicht tippen weil ich keine tastatur habe also ich sage es dann einfach nein ich habe keine richtig ich habe eingetippt aber noch nicht enter drücken auf 3 hat jeder eingetippt ok dann 3 2 1 5 alle 6 ja moin also alle müssen spielen nein also ihr 3 weil ich habe ja 5 ihr sagt ihr drei spielt jetzt als erstes und dann wechseln wir halt auch so obok ich gebe dir trubi so dass jeder einmal draußen ist je nachdem wie viele spiele spielen drei mindestens also dass jeder von uns einmal draußen richtig ich lade ihn auf youtube hoch oder nachher einfach mal im stream gucken weil ab und zu hautsch der bot den link rein ja ich würde das gerne meine freundin schicken oder link schicken dass sie sich das mal angucken kann ja kannst du gerne mal nicht ich muss halt auch nahe mehr oben eingeben phantom wolf stark was wie ne dings hat eröffnet ach meike hat eröffnet ok ja gut ok ja ich bin da alle da so mal loslegen sind von denen alle da scheint so ich sehe insgesamt ja zuschauer sind insgesamt ok 3 2 1 let's go gut dann viel Glück danke vielen Dank ich follow habe ich rechts ich bin einer hin bitte ich bin rechts ne habe ich nicht mehr raus schön in draußen einer von euch der ist noch vorne einer rüber der hat gefecht er hat er nichts noch schön du hast gebaumt ich komme zurück jetzt oh, irgendjemand war hinter mir ja, das war ich und wieder gebaumt schön schön ja, komm zurück schön schön ah, ne bin ich da komm zurück ich bin auf dem Weg ruf den Graben raus ich brauche Hilfe ne bin vorbei ich habe den eingebarmt schön ja nice gestört schön ruf vor ja hast du Bus gut ja 44 56 vorbei mach nix gut gut am rotieren jungs weiter so die haben ordentlich ja, die haben ein bisschen zu tun hab ich von links kommt schönen Fug sorry bin hoch hatte aber zuerst schön mach allein schaffst du ich bin da mal bitte gerade kommt du fug ist fast schön schön turn hab nur zu wenig boost 24 oh, pinch mach ja ich hab'n disconnect jetzt nicht mehr hab' ich schön schön ja, komm weiter neu aufzählen von hinten ruf vor scheiße nee jetzt zu deiner schön komme komm leichter Block nice geht der ja jawoll geil schön gemacht echt hab' ich so schnell kann ich nicht gehen ne jetzt so dann geh ne übernimmt karsten schön follow oh, sorry deiner schön so ich bleib' hinten bin bin hinten oh bin auf null ah schritt oh alles gut brauche ich den boost oh nee geht nicht ich bin ich bin links Nochmal. Schön, Jason. Oh, er war erst zuerst dran. Und hier nach hinten, Ufo-Blatt vorne. Kleiner. Habe ich nicht. Schön. Schön, Jason. Danke. Sauber. Schöner Pass von der Wall. Du? Ich follow. In die Wall? Kriegst du den? Nein, scheiße. Zu früh, zu früh. Sorry. Kein Ding. Alles gut. Kommt. Ich bin im Kasten. Ich bin 80. Habe ich. Voll. Nein. Schöner Fug. Nein. Sorry. Nein. Nein. Ja, war mein Fehler. War mein Fehler. Ich bin die Wall runter und der Ball kam. War knapp. Egal, Jungs. Korrekt. Hallo in die Mitte. Alle nach vorne. Bisschen hoch mit dir. Nein. Ja, gutes Game. Gutes Game. Jupp. GG, Jungs. Danke. Ich gehe raus. Okay, dann gehe ich danach. Alles klar. Dann bist du. Okay, also er, Dome, dann ich und zuletzt Ufuk. Ich follow. Jo. Bin rechts. Okay, ich versuche. Oder ich versuche, den liegen zu lassen. Oh, kommt der da. Habe ich. Sehr schön. Ich bin nicht. Schöne gemacht. Danke, Barmiss. Deiner? Ich schaue mir über die Mitte. Ich schaue mir. Schön. Schön, Rolf. Wer mit? Okay. Ich gehe nochmal wegbaut. Habe ich? Der Titanic, Alter. Und? Ne. Also, ich bin noch auf dem Weg nach hinten. Jo, ganz. Schön gemacht. Weiter. Äh, Mitte mit. Ufuk, da noch. Schön. Lock. Ich gehe ran. Ich gehe nach hinten. Komm, in die Mitte. Bisschen Mitte. Schön. Ne. Schön gemacht. Nehme ihn. Follow in der Mitte. Nein, verdammt. Habe ich fängen lassen. Achtung. Schön gemacht. Nochmal. Schön. Schade. Schön. Mit dem Boost in der Ecke. Schön gemacht, Rufu. Schön. Kommt mit. Oh, schade. Oh, und erwischt ihn wieder. Scheiße. Bin hinten. Ne. Ah, der geht. Schade, er war ein bisschen eher drin als ich. Oh, ich bin dran. Oh, exo. Links. blöd geklärt habe ich wenn du sagst bleibst du im kasten dann musst du bleiben ich hab dich nicht gehört alles gut hallo schon gemacht noch mal zweiten klinik ich auch nicht versucht hat sich vielleicht noch weiter zurückfahren jetzt auch so nicht bekommen schon viel früher drauf müssen dann vielleicht habe ich deinem schießen schade nämlich und damit ja egal noch ein blog kein bus mehr in hinten okay ich dann mitte ja schön gemacht 2 kann ich nicht hoch schön noch ein blog mein ich hab ich wird gewandt ich habe ihn erwischt ich links schön nach aufgelegt dann bin ich jetzt raus schöne matches jungs sind auch sehr stark natürlich es waren halt fehler von uns ich finde die rotation ja aber ich hab's halt nicht aus der folge perspektive das ist halt das ding ok jungs ich wünsche euch viel erfolg ja links versuch's ich bleib hinten rufen raus schön nach vorne ich bin hinten nee stark kevin kumpelmütter ach schade ich bin da ich bin die zweite ich bin dead ich bin dead ach komm was soll ich machen schade ja bei zwei man dead ist schwer ja gut der zweite war unabsichtlich ist ja egal das spiel mechaneck leute hallo ich bin links schön klinik schöner block ich bin mal kurz raus ich muss mal kurz vorher anrufen achten achten zweiter ja keine chance hallo hat er gut getauschen ach gut der zweite war glück links ich bleib schade 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 ich bin ab ich habe gedacht er tatzt schade 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 hat er nicht nur hoch schade 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 ich muss den boost haben habe ich alles gut schön ja kein bus in der mitte mit ja schön nach nur nach außen ich bin hinter dem der mitte mit habe ich dann drauf ich habe vorher drauf tun können schön schön danke schön durchgedrückt schön gemacht auf naja kräg nicht ich bin im tor schön Achtung Kein Problem Schade Schöner Pass Achtung Geh kleine Brustpads sammeln Opho geh nach hinten Schön Deine Opho Schön In der Mitte mit Nee kann nicht Lass doch Dome in der Mitte Schade Alles gut Geh noch Block Links Ich follow leicht Und bin der Nee Ich lasse ihn Achtung geht weg Habe ich Der sitzt Schade Nee kann nicht Bin ganz hinten Ich hab die ganze Zeit Verzögerungsabweichungen Alter Mein Internet ist wieder so leer Sorry Alles gut Schön gemacht Ich bin der Hände Ich bin der Hände Bitte mit Nee kann ich nicht Schön gemacht Opho Ja alles gut Ich bin hinten im Tor Geht Backboard Achtung Zweiter Hab ich nicht Doch Ah schade 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 Nice Jason was machst du mit Dein Internet Probierst In die nächste Runde Oder bleibst Lieber draußen Nee ich probiere Jetzt geht es gerade Ja Zeig nichts an Dann bin ich raus Ne Ich hab mein Telefon Aus Internet Nachher Wenn dich jetzt Jemand anrufen Will Dir eine Million Euro schenken Möchte Mir Gerade Egal Mir Wär's Nett Egal Ich bleib Ich bin links Möchte Wer Mitte Mit Wird Gebarmt Alles gut Komm Mitte Schön Schön Danke Kein block Achtung Zweiter Ja Ich hätte nicht hoch dürfen Ich hab gedacht Er macht den ersten schon Und legt den nochmal ab Ich follow Ich follow Schöne macht Wer nennt ihr den? Ne Könnte gleich gehen Mann Was soll man denn da auch locken? Los Versuch Knapp Ich follow Ich follow wieder Ne Keine Chance Knapp 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 Dings Bleib No Block Nämlich Schöne gemacht Bin hinten Habe ich Jason nochmal Schade Nein Dome hinten Bin das Alles gut Kannst du nicht wissen Bin wieder back Ne Nämlich Hallo Knapp Jo Was ist Tom Ja Schön Achtung Bitte Schade Jetzt Dome Schön Ja siehste Ich follow Ne Nee Ich geh nach Händen Schön Knapp Habe ich Schön Jo Kannst du Hören Nee Hab ich Bin das Okay Ah verdammt Gebammt Ja Gut Alles klar Ja Ja Du hast verpasst Geht nicht Schön Schön Hierauf denn Oder du Schön gemacht Schade Ah schade Schön gemacht Danke Schön auf was Ah so Und weiter Und weiter Vielleicht Vielleicht Kein boost ich bleib alles gut mehr konnte ich nicht ich muss Pust sammeln schön ich bin früher komm Kevin bin das ja gg ah sorry da konnte ich nichts mehr machen da war ich wieder weg alles gut rechts jetzt noch einmal antatten schade so noch boah scheiße unlucky ja gg jungs sehr stark gespielt sehr stark gespielt so wie nun bitte wie nun wie nun ich geh raus echt ja du kommst rein ja ok dann geh ich dann auch wieder bereit jo jo schön banger bin hinten geht nicht geht an jetzt schön gemacht bin nicht da habe ich gerne nochmal mit branche und warte bin wenn ich nicht geil schön gemacht mit dem kasten nein habe nur gebannt ein bisschen schön achtung ich bin am tor dann habe ich andere seite oder keine seite kann ich nicht bin außen schade kommt stark habe ich achtung mitte ich gehe nicht machen die nicht bin der ich bin auf die andere seite komplett achtung ich habe eingebarmt ich bin am tor jetzt nicht mehr alles ich bin rechts ja aber dann muss deutlich früher hoch wenn du da wirst oder du musst halt warten mussten schießen lassen ich bin gemacht und immer dann schade ich bin am tor ich gehe weg schön gemacht alles gut nein schade ja nein habe ihn hochgelegt und zwei ja extra war schon oben hoch müssen wenn du im tor bist hätte hoch müssen da hättest du schon über die wand versuchen müssen ranzugehen wenn du verloren ist bitte nur ein blog schön gemacht schön und dann haben wir gebraucht nein verdammt kriegt man leicht und hat so leicht gott 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 Also gut? Dumme? Ja. Gut. Ich follow? Schon gemacht? Ne, kenne ich. Ach man, ich war zu weit hinten. Und was hast du gemacht, Lofuck? Ich hab da ein bisschen doof gemacht. Na, ich dreh nicht. Block. Schöner Block. Ich wird gebarmt. Schön. Achtung, kommt nochmal. Ne, Backboard. Ja, zwei, drei, schon da. Ja, das geht nicht. Ah, ich verpasse ihn. Hast du den Fug? Ne. Boah, ich hab ja fast den, sorry. Ich hab den verpasst, tut mir leid. Ich bin grad nicht bei der Sache. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich hab den, ich lobe mich. Schön, bin hinten. Ne. Ne. Denk, Kitter, Bänger, hoch. Waren wieder alle auf dem Ball. Keiner hat im Tor gewartet. Doch. Dumme ist rangegangen. Du bist rangegangen. Ich bin rangegangen. Ich bin rangegangen. Du bist aber auch nicht ins Tor gefahren. Ja. Ja. Alles gut. Hab ich. Schön gemacht, Ofo. Schade. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Den Touch hätte ich kriegen müssen und dann wäre der gewesen. Der letzte hat gefehlt. Schön. Ich bin rechts. Schön das Ding. Na, fuck. Verpasst. Ich turn ins Tor. Ganz rein. Auf und rein. Schön gemacht. Bin hinten. Wo ist cool? Oh, da haben wir dreht um. Ich bin über dich. Ich bin hinten. Ah, shit. Wer mit dem mit? Ich kriege nicht. Schade. Noch ein Block. Zweiter ist ab. Ne. Heute ist gar nicht mein Rocket League Tag. Damit muss man auch klarkommen. Oh, Mann. Ich geh ran. Krieg nur einen Touch. Noch nichts. Ich turn ins Tor. Nee, krieg nicht. Kann ich nicht ran. Nimm ich. Achtung. Aufruf. Danke. Dann du. Hier. Ich bin hinten. Schön. Ich geh drauf. Nee, krieg Hand hat's. Aber nur ein Bump. Ich bin ganz hinten. Nee, krieg nicht. Ich mach's durch. Schön. Nee. Schön gemacht. Ich bin ganz hinten. Jetzt so. Bin dead. Nein. Ich dachte, das ist sie. Nee, ich bin ganz hinten. Aufruf. Schön. Hab ich? Ja. Ja, ich habe kein Boost. Ich habe mein Boost getroffen. Denne ist das nicht gebammt. Ganz oder gar nicht. Weg da mit dir. Kevin? Ja, ich war. Ich war hinter dir. Macht keinen Spaß. Die Bumpen nur. Ja, und? Das ist halt so. Richtig. Geh halt selber auf Demo. Entschuldigung, ich habe dich gecuttet eben gerade, Kevin. Alles gut. Hallo. Weg. Damit musst du klarkommen, Dummy. Das wirst du in der Nitro League mehr als genug erleben. Klima. Auf jeden Fall. Warte. Das sind doch harmlose Gegner. Wie? Die sind echt harmlos. In der Nitro League kriegst du C3 bis GC1 oder C2, wenn du Pech hast. Geh. Ich habe den Boot geklaut von denen. Schön. Ich bin ganz hinten. Jetzt Dummy schießen lassen. Dummy war besser. GG. 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 Alles gut. Moins und Xapo. Nein, man kann nicht mitspinnen. Es steht aber auch im Titel, dass es ein Scrim ist. Nächstes Mal gerne. Mehr, mehr Fressen mit mir und Mates, bitte. Weiter geht's. Weiter geht's. Let's go. Ich geh raus. Gut. Ich höre die Jungs. Jo. Ich fahre hinten. Ich follow. Analyse, ne Jungs? Analyse. Scheiße, Mann. So wieder nicht. Jetzt musst du dir unbedingt angewählen, UFUG. Einstellungen, wo sind die? Da wäre es. Gibt's irgendwo Replay automatisch? Weiß schon. Über Buggersmod garantiert. Wenn du Buggersmod benutzt, weiß ich ja nicht. Ne, auch hier muss ich doch gehen. Das weiß ich nicht. Da musst du Exo oder so fragen. Oh, shit, flip. Hab ich? Abgelegt? Ne, mal, dumme. Jason ran. Bin ich in die Mitte? Ah, schade. Schön. Achtung. Ah, ja, war wieder blieben. Okay. Schön gemacht. Jason hat. Ja. Der Mitte mit. Ah, verdammt. Sorry. Alles gut. Hab ich. Schade. Schade. Nein, ich fiel ihn. Ich hab so früh den Boost gezündet. Alles gut. Nee, da war keiner mehr übrig. Nee, da war keiner mehr übrig. Hallo? Ja. Schön gemacht. Boah. Winter? Nee, krieg ich nicht. Schön. So mal, schön. Ich geh mit. Jo. Bleib hinten. Jo, kannst du wieder vor. Schon gemacht. Ich bin mit ab. Okay. Krieg keinen zweiten. Hab ich? Jo. Ich turn. Alles gut. Sorry. Schön. Wer mitte mit? Ich bin hinten. Nee. Ja. Kevin nimmst du? Ja. Bin klar. Follow Mitte. Schade. Sorry. Zu hoch gelegt. Nee, ich war zu langsam. Nee, ich war zu langsam. Schön gemacht. Schön. Danke. Rixen. Achtung. Oh, mein. Ich stehe mir den Bus hier. Schön. Bin mitte mit. Nach vorne. Challenge. Komm. Jason jetzt. Schade. Und er war wieder früher da. Scheiße. Krieg nur einen Block. Schön gemacht. Wer mitte mit? Hab ich nochmal. Kommt. Ah, schade. Ich hab gedacht, er geht. Noch hoch gelegt. Schade. Ich hab geblockt. Schön gemacht. Achtung. Mitte. Kommt. Schön. Sorry, dumme. Alles gut. Liegen in die Mitte. Jetzt war Kevin. Na, waren wir wieder alle drei auf einem Fleck. Bin hinten. Komm, bitte mit. Na, ich bin zu langsam. Schön, dumme. Kommt unten. Kommt unten. Schade. Den hab ich. Kommt nochmal mitte. Bitte? Nein. Achtung. Hat er. Der geht nicht. Schön gemacht. Nehmen die ab. Krieg ihn nicht. Jason hoch. Hab ich nicht. Ja, da oben. Na, schade. Da haben wir wieder keinen Boost. Ja, das ist schwierig. Alles gut. Ja. Ich war rechts. ich muss ganz hinzutun ja nachgeschickt ja das war das sechste und die sind ja auch raus das war es aus letzt gut besser ist nichts so so so